Sag mal, was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen würdest? In diesem ersten Teil der Sommerpausen-Impuls-Miniserie zum Thema Überzeugungen geht's um Überzeugungen und Träume. Und dazu erzähle ich dir eine dramatische Geschichte mit einem überzeugenden Wendepunkt aus meinem Leben. Mal ganz bewusst ohne Positionierungs- und Berufskontext. Aber vorher noch einmal die Frage an dich. Was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen würdest? Jetzt. Entscheide mal aus dem Bauch heraus. Jetzt. Ich geb dir mal eine Sekunde. Okay. Hast du's? Sehr gut. Und hier kommt meine Geschichte. Vor ein paar Jahren saß ich mit meiner Mitbewohnerin Iris in unserer Hamburger WG-Küche und wir starten auf einen Lottoschein. Wir hatten uns nämlich zusammen eine Glücksspirale losgekauft und gerade die Gewinnzahlen gecheckt. Und siehe da, wir hatten fünf richtige Zahlen. Aber die sechste Zahl war falsch. Wenn du dich nicht so richtig auskennst mit den Regeln bei der Glücksspirale, ist das kein Problem. Ich erzähle sie dir nochmal. In jeder Gewinnklasse gibt es jeweils eine Zahlenfolge von Gewinnzahlen. Und um zu gewinnen, brauchst du alle richtigen Zahlen in der richtigen Reihenfolge. Iris und ich hatten fünf richtige Zahlen von insgesamt sechs. In der richtigen Reihenfolge, aber die hinterste Zahl ganz rechts, war anstatt der Null die Eins. Wir guckten uns unglaublich an und konnten es nicht glauben. Wäre diese verdammte Eins, eine Null, hätten wir gerade 100.000 Euro gewonnen. 50.000 Euro für jede. Während ich so meinen Kopf rhythmisch auf den Küchentisch klopfte, klonk, 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 ich fass es nicht, fragte Iris, was hättest du denn mit deinen 50.000 Euro gemacht? Und ohne groß nachzudenken, sagte ich, ich würde mir ein Ticket kaufen und einen Freund am Nordpol besuchen. Das war keine Metapher. Einer meiner Lieblingsmenschen hat damals wirklich am Nordpol gewohnt. Also fast. Auf Spitzbergen, dieser norwegischen Insel, ganz oben in der Arktis. Iris sagte, aha. Und dann sagt Iris auch noch, was sie mit ihren 50.000 Euro gemacht hätte. Und dann haben wir unseren knapp vorbei Lottogewinn mit viel Melancholie betrunken, Iris mit Rotwein und ich mit Tee, denn ich trinke so gut wie nie Alkohol. Warum erzähle ich dir das? Weil es noch einen spannenden zweiten Teil dieser Geschichte gibt. Ein paar Tage später saßen wir wieder in der Küche und ich philosophierte gerade über unseren knapp vorbei Lottogewinn und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich, um zum Nordpol zu fliegen, ja eigentlich gar keinen Lottogewinn bräuchte. Denn der Flug kostet nämlich nicht 50.000 Euro, sondern nur einen Bruchteil davon. Verrückt. Ich habe mir dann ruckzuck ein Ticket zum Nordpol gebucht und meinen Freund besucht. Das Schräge daran war, vor dem knapp vorbei Lottogewinn bin ich nicht auf die Idee gekommen, meinen Wunsch in die Realität umzusetzen, weil es in mir so eine Überzeugung gab, dass so eine Reise zum Nordpol ja eigentlich, also so im normalen Leben, nicht geht. Ich hatte das Gefühl, dass es eine Erlaubnis von außen braucht, einen Lottogewinn oder eine überraschende Erbschaft von einer unbekannten Großtante vom anderen Ende der Welt. Braucht es aber nicht. Es braucht nur die Entscheidung von mir, dass ich das jetzt mache. Und so bin ich damals ins Land der Eisbären geflogen. Was hast du denn vorhin gesagt? Was würdest du machen, wenn du im Lotto gewinnen würdest? Und braucht es dazu wirklich diesen Lottogewinn? Das ist die Frage für heute. Nächste Woche geht es weiter mit Sommerpausenimpuls Nummer zwei. Und damit wünsche ich dir für heute alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.